Bundesregierung hat Rentenerhöhung beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 13. April 2022 hat die Bundesregierung die Rentenerhöhung zum 1.7.2022 beschlossen. Und zwar hat die Bundesregierung den Referentenentwurf zu diesem Gesetzesentwurf von Hubertus Heil, den wir seit dem 22. März 2022 kennen, in einer Kabinettssitzung beschlossen. Das heißt also, dass wir zum 1.7.2022 auch tatsächlich pünktlich die entsprechenden neuen Rentenwerte haben und damit sich auch die Renten zum 1.7.2022 erhöhen werden. Weiterhin hat die Bundesregierung beschlossen, dass die Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner für die Erwerbsminderungsrenten oder Hinterbliebenenrenten, die im Bereich des Jahres 2001 bis 2019 begonnen haben, auch dann den Zuschlag bis maximal 7,5% zum 1.7.2024 erhalten werden. Und das alles unter dem Namen Rentenpaket 1, so wie es Hubertus Heil vorgestellt hat. Das Gesetzgebungsverfahren ist in Gang gesetzt und wir werden pünktlich die neuen Rentenwerte bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.